Odi-Odi-Odi, Odi-Odi, Odi-Odi, yeah. Herd wie Auer, mitten in der Nacht. Sexy, alles raus und alles lockt. 40 Grad am Dancefloor. Jetzt lassen wir euch erst mal ein bisschen reiten. Also eins muss man sagen, die beiden Damen machen eine super Figur da drauf. Offenes Genick. Schöne Einstellung, schau mal, die Pferde sind geritten. Die Daumen sind dachförmig, was wollen wir mehr? Ja, der Absatz kommt noch ein bisschen tiefer, ne? So, meine Damen und Herren, wollen wir jetzt mal ein Paradeur reiten, ein richtiges. Also, im Arbeitstrab AX aufmarschieren, AX halten, grüßen. Also versucht es mir nicht. Die hören ja überhaupt nicht zu. Okay, okay, okay. Hoch, durchparieren, durchparieren, durchparieren. So, jetzt sortiert euch mal, ihr beiden. Schön nebeneinander. Gut. Im Arbeitstrab antraben, rechte Hand. Das sind Frauen. Wissen die, wo rechts und links ist? Bestimmt. Und jetzt AX auf die Mittellinie abwenden, X halten, grüßen. Simone X ist ungefähr in der Mitte von der Bahn. Und schön nebeneinander, Bügel an Bügel. Grüße. Na, sag mal laut, das steht aber hier. Steht wieder eins. So. Im Arbeitstempo antraben. Bei C, Jessica, rechte Hand, Simone, linke Hand. Sehr gut. Ein bisschen Taktfehler da an der langen Seite. Da müssen wir den Trab wieder ein bisschen in Gang bringen. Hier, da kann man ruhig mitklatschen. Auf die Mittellinie absenden. Auf die Mittellinie absenden. So. Bei X, Jessica halb rechts durch die Diagonale, Simone halb links durch die Diagonale. In die Ecke, in die Ecke. Guck mal. So. Und auf den Zirkel geritten. Trefft euch nicht. So. Aus dem Zirkelwechsel. Simone hat es nicht so mit links zum Vorfahren, ne? Also, der auf der linken Hand kommt. Und jetzt wird es hart. auf der rechten hand an galoppieren und marsch ok jetzt wird es gefährlich jetzt gehen wir einfach weiter sie ziehen es vorzutraben macht nix kommen sie wohl ein leichter sitz ist einfacher die kür und der goldkampf stehen hier noch an aus die mittellinie abwenden auf der druck und halte in grüßen jessica von rede werner und simone blut ihr seid der meinung das war mega wunde und vielen dank an das land für normativ und nur hier natürlich eine ehrenrunde beide haben gewonnen die beste das beste party des heutigen abends dankeschön Jessica von Fredo-Wernsey. Dankeschön, Simone Böhm!